moin leute und willkommen zu einem neuen video wir machen heute eine challenge in minecraft wir dürfen die farbe grün nicht berühren also wenn wir jetzt in die welt reingehen und die farbe grün berühren also auf dem grasblock zum beispiel draufgehen dann ist das video vorbei ich hoffe es ist nicht so und wir können ein bisschen noch normal spielen deswegen geben wir rein wir dürfen die farbe grün nicht berühren bitte ich mache extra neue welt damit ihr seht dass ich irgendwas ausgesucht habe schon vorher ich hoffe es ist eine nicht grüne farbe sehr schwierig aber so also wir sind jetzt in der welt drin und natürlich sind wir nicht auf dem blog der grüne ist das ist schon mal sehr gut da können wir ja oh mein gott das ist wirklich grün dürfen wir nicht berühren deswegen können wir gleich hier im baumstamm abbauen und so richtig lucky wenn wir jetzt einfach grün berühren würden ja ich hoffe mal nicht machen wir so ja das war ja so erst mal eine werkbank baum hin platzieren äh ja so baum 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 so so machen wir zwei einmal eine axt warm und einmal eine spitzhacke so 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 haben wir das zu sein immer mal weiter immer mal die werkbank mit komitierische kohle mitnehmen aus brauchen wir eigentlich nicht ja also schreibt man die kommentare ob ihr sowas challenges mögt von minecraft nein hat sich jetzt die farbe grün berührt ich glaube nicht ich war hier so ich war nicht ich war glaube ich hier nicht drauf oh mein gott ich glaube das war knapp ihr seht sehr ein video ich hoffe ich habe es nicht berührt ich glaube nicht ich glaube wirklich nicht war mal hier ist ja ein loch wenn man wieder hoch es haben wir verkackt irgendwie müssen wir wenn er das gras jetzt wächst haben wir verkackt nein ich habe gehört es ist gewachsen das war's leute das war das video und tschau